Servus YouTube und Freunde des geblickten Gamings, hier ist der Mara von Wolfsrudel. Willkommen zu Tag 4, zu der Zusammenfassung. Ich werde hier nicht alles nachkommentieren, ich werde einfach ein kleines Intro machen und dann lasse ich mal euch mit den Videos alleine. Ja, am Tag 4 haben wir jetzt nicht sehr viel gemacht, ich hatte auch nicht so viel Unterstützung, wir waren nicht, glaube ich, das höchste war mal kurzzeitig zu viert, das war aber auch nur für eine halbe Stunde, Stunde. Ich habe zwar schon wieder lange gezockt gestern, die Stunden will ich jetzt nicht sagen, weil sonst denkt ihr, ich bin suchtig. Aber trotzdem ging gestern einiges, ich habe vor allem im Forst mich weiterentwickelt, sage ich mal, und bin mit dem Buffalo ganz gut zurecht gekommen, mit dem Aufladen, ja dann wieder ein bisschen dreschen und endlich mit dem Gras angefangen oder mit dem Futter für die Kühe, da wir gestern noch einiges an Geld bekommen haben. Zum Beispiel dann eben seht ihr jetzt hier Videos, wo ich dann gerade beim Grasman bin, Graschwaden oder auch mit dem Ladewagen das Gras aufsammeln und auch die Kühe einstreuen und ein bisschen Silage verkaufen bei der BGA, weil ich da gerade zu viel bekommen habe. Ja, und dann lasse ich euch mit den Bildern alleine und wünsche euch viel Spaß bei dem Part. Macht's gut, bis dahin, Servus! Ja, ich bin so gut, bis dahin, Servus! Ja, ich bin so gut, bis dahin, Servus! Ja, ich bin so gut, bis dahin, Abschapsch perch Motivation ist es hat Marahm Und jetzt habe ich, ich bin resultado, Smer ohne nome. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020